Hallöchen, wir spielen heute wieder Uncharted. Und, ähm, ja, ich habe durch diese, ähm, da ich es ja schon mal gespielt habe, habe ich bestimmte Belohnungen bekommen. Und zwar habe ich zum Beispiel bei der Waffenausprache, kann ich jetzt direkt schon ein Sturmgewehr oder sowas dabei haben. Und ich habe mich jetzt einfach mal für die AK-47 entschieden. Und jetzt haben wir hier schon direkt, äh, zwei Waffen. So, wir gehen jetzt erstmal mit der Pistole rein, würde ich sagen. Okay, alles sauber ausgeschaltet. So. Da drüben sind sie. Alter, wie schieße ich denn jetzt gerade? Hier blinkt's schon wieder. Ah, perfekt, haben wir schon wieder einen Schatz. Perfekt. Fähiger Schatzsucher. Okay, was haben wir hier? Okay, ein bisschen Acker. Jetzt gehen wir mal hier mit rein. Okay, komm, weiter. Zusammenbleiben. Sehr schön. Okay, 50 Illuminierung. Wie gesagt, das ist ja alles jetzt nicht aus diesem Spiel, sondern auch aus dem davor. Was zum Teufel ist das hier überhaupt? Lange Geschichte. Später. So, komm schon. Wir müssen hier raus. Oh, ach du, nein, du bist. Okay. Nicht nur. Okay. Okay. Nein! Langweilig wird's nie, was? Tja. So, komm schnell raus hier. Weg hier. Ich kann auch direkt schon mal auf eine Schrotflinte nochmal umschalten. Okay, perfekt. Los geht's. Los geht's. Bleiben Sie bei mir. Was ist da drüben? Da drüben, da drüben. Au. Sieht nicht durch. In Ordnung. Machen wir noch einen. Okay, alle ausgeschaltet. So, und abhauen. Hier drüben, glaub ich. Nein. Sind Sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Äh, tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK 2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist! Wenn Sie den Schatz gefunden haben, brachten Sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte Ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Schätze, das tue ich. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado. Und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Erwarten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Was zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der scheiß Kamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen. Ich funktioniere die noch. Das werden wir gleich wissen. Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis 5 und ziehst die Leine. Jetzt los! Kommst du auf? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Wir sehen uns unten! Ich komm gleich nach! Ja. Okay. Was mach ich hier? Okay. 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 Was springst raus? Zehn bis fünf? Und zieh die Leine! Kann doch nicht so schwer sein. Oh verdammt! Oh verdammt! Eins, zwei, drei! Mist! Mist, Mist, Mist! Oh man! Oh man! Oh man! Alter! Ich bin so... Soh... Die Karte liegt im brennenden Flugzeug. Elena ist weg, vielleicht auch tot! Fängt ja gut an, Nate. Läuft nicht alles so wie geplant, würde ich mal sagen. So... So... Oh okay! Ein Schloss! So machen, aufschießen oder was? Ach du meine Güte! Klar! Schloss kann er nicht antreten, aber jetzt die komplette Tür aus dem Angeln treten! Alles klar! Krasser Typ! So... Hier hoch glaube ich, oder? Okay! Dann wollen wir hier mal schauen... Wo kommen wir denn hier hoch? Hier! Anscheinend! Ein kleines Vögelchen! Da sind sie ja! Ah, haben wir schon ein paar Vögelchen! Meine Frage, wenn ich jetzt... Ich kann ja hier nichts ausrufen, aber kann ich jetzt hier rein theoretisch... ...einfach eine Waffe anschalten? Ne, okay. Hier geht das nicht. Ja, egal. Dann lassen wir es einfach aus. Ist ja egal. Wir werden es auch schon nur mit der Pistole schaffen. Ach komm, wir haben ja auch noch so. Oh, 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 oh! Oh! Okay. So, was haben wir denn hier? Ah, super. Zweimal eine Granate. Perfekt. Okay. Ah, ist der! Oh, man! Ah! 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 Oh, 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 oh! Was sind die Pfeiffer? Oh, noch ein paar mehr Kollegen. Wie wär's mit einer Granate? Ja, die hat jetzt nicht so gut gesessen. Alter. Aha. So, das gefällt mir schon sehr viel eher. Was, das? Nee, da ist doch noch einer. Los geht's. Oh, 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 oh. Ach du Kacke. Verdammt! Äh. Äh, Achtung. Achtung mal, ne, du geht los. Erstmal schon in Deckung bleiben. Ah, warte mal. Oh, dieser ist aber mal perfekt. Okay. Du holst ja erstmal gar nichts. Oh, 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 wir brauchen Munition. Alter. Oh, 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 oh. Komm her. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Munition einsammeln. Ja, oder wir machen's so. Okay. Das reicht hier erstmal, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Hier ist doch überall noch ein bisschen Munition. Perfekt. Äh, hier hoch? Nee, da, glaube ich, oder? Nee, wir müssen in die andere Richtung. Alter, was machst du? So, genau. Hier oben draufbleiben und hier rüberspringen. Danke. Oh, warte. Hier war noch eine Granate. Sehr schön. Oh, toll. Ach, komm. Wir machen einen auf Terminator. Oh, wow, 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 wow. Hat irgendwer hier ne Acker? Sehr schön. Woher? Wie im Handah? Wie im Handah? Nie hung. Ja, wir sind's nicht. Oh! 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 Alles los, du Vogel. Komm her. Okay. Warte, die müssen doch hier wohl Munition haben. Hallo? Leute, wie soll ich denn jetzt hier kämpfen? Ach, du meine Bitte. Äh, so. Was mache ich denn schon wieder? Alter Verwalter. Okay. Okay, wieder eine schöne Terminator-Schrotflinte. Was haben wir hier? So, okay. Äh, hier hoch? Okay. So, okay. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht dann erstmal für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.